Ladies and Gentlemen, Cup. Ein Spiel von 1930. Es ist sehr emotional. Start. Ja, minus 6%. Was passiert? Wer hat gespielt? Niemand. So, ich hoffe euch gefallen die Videos nicht vergessen. Ja und gut. So, aha. Ich habe gar nicht gespielt offline. Ich schwöre. Ja, wirklich gar nicht. Oh mein Gott, es ist Englisch. Ja, stimmt ja. Aha. Ribby und Crocs. Boss Time. Boss Time. Nimmt das auf. Gut. Nicht, dass ich das jetzt ohne. Hey, Bro. Oh, hat der Bro gesagt? Okay. Gut. Ladies and Gentlemen. Oha. 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 Was ist los? Alter. Scheiße. Was ist passiert? Nein. Nur noch zwei Leben. Und nein. Ich hätte ein bisschen vorher spielen sollen. Okay. Egal. Ich schaff das schon. Wo schaffst du? Oha. You died. Guck, guck, guck. Guck mal. Oha. 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 Wie viele Phasen gibt es? Oh mein Gott. Joe Frazier und Mohamed Ali. Hey, Bro. Was ist los? Sagt der Hey, Bro? Was ist los? Alter. Okay. Gut. Ich bin konzentriert. Oha. Was ist das? Scheiße. Oh mein Gott. Alter. Was ist los? Hey. Ich hätte wirklich ein bisschen üben sollen. Naja. Gewesen. Gewesen. Okay. Gut. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ui. Schon zweimal gestorben und dann einmal. Wo zweimal? Oha. Da, da. Friess. 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 Ja. Ui. Ich habe gehört, jemand, eine Zuschauerin hat gesagt, die liebe Britney, kann ich gleich sagen. Dass man auf diese lila Handschuhe springen kann. Drauf springen kann. Aber, ja. Irgendwie habe ich es bis jetzt noch nicht so gedacht. Was ist das? Biene Meier? Geh weg. Oho. Oho. Schon wieder gewesen. Alter. Nein. Oh nein. Ich will. Ich will drauf. Alter. Ist voll schwer. Was ist das? Wie soll ich da da drauf springen? Bitte. Gelogen. Aha. Komm, komm. So. Geh weg. Also, wenn ich da drauf springe... Springen ist das, glaube ich, äh, parieren. Nein. Alter. Was ist das? Voll schlecht. Ich glaube ich. Oha. Oh mein Gott. Kann ich den so auftreffen? Aha. Hä? Stirb, du Penner. Oha. Oh nein. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr lieben. Wäre das so schön gewesen. Luxus. Luxus. Ah ja, genau. So kann ich ja ausweichen. Oho. Vergessen. Oho. Was ist das? Nein. Uff. 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 Was ist das? Oha. Geld. Nein. Ich dachte, das ist Geld. Nein. Scheiße. Seht ihr? Das ist nicht immer gut, wenn man... Okay, gut. Na ja. Jetzt weiß ich es wenigstens. Woher soll ich wissen, dass das... ...keine Coins sind oder so? Oha. Aha. Nein. Nicht da auf die blaue. Britney. Du hast gesagt... ...die Farbing. Leute, die Britney ist schuld. Die liebe Britney. Ach, ach. Ach, ach. was hast du getan? Ich hab mit ihr vertraut. Okay. Auf die Lila. Ja, jetzt muss ich das... Unbedingt mal testen, Alter. Okay. Oh mein Gott, ich glaub's einfach nicht. Wo ist's? Guck das an, das ist schon... Ei! Oho! Ey, das war voll knapp. I sicked. I sicked. Nein. Okay, das schaffen wir. Aber in diesem Part... Shh! Schauen wir. Okay. Mohamed Ali und Joe Frazier. Ei! Langsam... Oh! Blau, blau! Was machst du? Oh mein Gott, das ist blau! Blue! 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 Oho! 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 Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Oho! Oh mein Gott, das war knapp! Tschüss, tschüss! Okay. Gott. Ai! Scheiße! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr spielen. Was ist passiert? Oh fuck, tausend Tote, tausend Nächte, tausend Tote, oh, ja, Titel, werde nicht schlecht läuft, tausend Tote, okay, sie hat mich verwirrt, Leute, ohne Scheiß, die liebe Britney, sie hat mich wirklich verwirrt, ich habe gedacht, Blue, auch, und jetzt, naja, sie ist schon eigentlich, aber naja, ich will jetzt, okay, also jetzt ernst, drei Leben habe ich, komm, komm, schieß auf mich, jetzt entkommst du mich, oh, das war knapp, ich, so, ich, ey, du, guck mal, wie, nein, wie krass er ausweichend tut, wollte ich sagen, und was macht er, was macht er, muss ich beide gleich, also gleichmäßig, muss ich beide gleichmäßig treffen, ich glaube nicht, oder, ich hoffe nicht, weil ich habe mich an den grünen, an den dicken daran gewöhnt, ich glaube, er ist der, äh, Joe Frazier, ne, ja, oh, oh, nein, was, was, was kam, kam jetzt, was kam jetzt, was kam jetzt, gut, no problem, okay, ich habe das gar nicht gesehen, das ist gelogen, gelogen ist das Spiel jetzt, uff, ja, oh mein Gott, ey, ich kann gar nicht mehr spielen, was ist los, oh, okay, geh weg, ui, uff, oh, ein Treffer hat er trotzdem geschafft, ja, weltwundert, scheiße, nein, oh mein Gott, oh mein Gott, die kommen, ey, ich komme jetzt nicht weit, oder was, nein, alles oder nix, wir werden alles geben jetzt, Leute, oh mein Gott, ich bin mega schlecht, scheiße, das ist, das ist, gelogen, gelogen ist das, du Penner, du, hasse dich, uff, Hassgegner, oh, das sind noch die guten Zeiten, oder, oh mein Gott, ich muss ein bisschen Ruhe bewahren, ein bisschen Rüge, uff, okay, oh mein Gott, das ist so knapp, dieses Springen, kein Problem, oh Gott, oh, 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 ich leide ich leide andere machen angespielt ich mache jetzt super hat sie noch mal anfangen doktor doktor darf ich noch mal anfangen wobei ob er reden könnte ja nichts zu sagen und wo kommt das raus bitte ich will es nicht wissen okay das eigentlich gar nicht schwer wo nicht was ist das bist du grieche was los mit dem teller wieso war ich da so weit aus oh mein gott ich hab's nicht in diesem park ich schaffe es leute ich gebe alles alles was in meiner macht steht gelogen wo gibst du oh scheiße schieß schieß schäm dich nicht so und ich wollte komplimente machen heute aber nein habe mich so gefreut auf euch oh mein gott ich glaube es einfach nicht ich will ja nicht fluchen aber ich muss also ausweichen ist da nicht so gut glaube ich was macht er also auf das geld pass auf nicht nehmen kein geld er schießt auf mich das habe ich jetzt das erste mal gesehen auch kontrolle mein kontroler streikt gerade Leute Leute was ist los ich meine wirのは mal los ich bin schon so gut ich bin schon mal los und becaut dem ich bin jetzt danke ich bin schon mal los ich bin schon mal los ich bin aus ok ok oder okay fast getroffen okay super 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 ich habe noch drei leben was ich schwöre komm komm schießt kommt kennt mich noch nicht oh nein er hat mich getroffen oh gott nein scheiße die dritte phase die tötet mich okay friss oh oh what the fuck was ist das denn scharmutakontrolle usb wackelkontakt okay wenn ich drei leben habe ich muss ja ich muss ja dort drauf springen oder auf diese scheiße kann ich nur anfangen bitte ich will anfangen tot täte mich täte mich was für ein paar was für ein paar gelogen friss scheiße oh gott ich lasse das spiel ich war so sicher dass er mich jetzt nicht trifft wenn er dich jetzt schon trifft was macht was machst du dann keine zukunft keine zukunft geh weg siegt er also wirklich siegt er doppelt das ist das ist das ist das ist incredible okay also jetzt oder nie Highlander oh oh okay jetzt bin ich extrem konzentriert konzentriert oh oh ich kann es nicht mehr aussprechen zu viele r ähm ja ich bin jetzt konzentriert leute ich muss das schaffen in diesem part sonst äh sonst ist mein mein beruf ist kaputt schande oh mein Gott schande schande ei oh oh okay so komm komm schieß 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 nein oh nein oh nein ich glaube es ich will weinen leute ich will weinen oh 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 ich will wenigstens die dritte phase sehen damit okay 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 alles gut alles unter und wie lange lebt er noch erster part äh heute das erste video wo ich aufnehme guck mal ich schwitze schon okay das war knapp scheiße uff was ist wenn ich da drauf aha ich muss nur drauf springen oh oh jackpot chicago boots uff uff what what the fuck aha oh nein oh guck mal wie weit es noch geht are you kidding me also das hängt ja gut an das spiel okay gut ich hab's verstanden ich muss dort drauf auf den hebel springen und dann ja und dann kopf oder zahl dann beten dass das dass das was gutes kommt oh nein ist FUCK oh 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 Hey! Wenn's jetzt schon so ist was wie wird das spiel noch ich will es gar nicht wissen Alter, ich will einmal mit drei Leben in die dritte Phase. Ist das zu viel verlangt? Schockiert. Okay. Aha, was kommt? Egal, was kommt? Kopf oder? Oh, Tiger. Oh mein Gott. Oh, fuck. Fuck. Scheiße. Gott, ich komme zu dir. Ja, das ist mein Titel heute. Gott, ich komme zu dir. Mein Gott, Leute. Ey, ich glaube es einfach nicht, dass sie... Ich war am weinen. Wieso schießt du auf mich? Töte mich. Töte mich. Alle stressen mich gerade. Alle, alle. Auch die Zuschauer da. Ich habe irgendwie das Gefühl, die lachen mich aus, oder? Nein, ich glaube nicht. Sie sind Fan von mir. Niemand steht so schön wie du. Oh, 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 oh. Oh Mann, ich habe heute noch gesagt, das Spiel ist so schwer, dass es nicht die Leute übertreiben. Genau so habe ich das gesagt heute. Und? Gelobt. Ich... Oha. Ja, sick der. Da, da, nimm alles. Okay, 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 okay. Ei. Ja, ich muss... Wirklich, ich muss mich ein bisschen... Eingewöhnen, oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ei. Tot. Puh. Noch ein Versuch, ja. Und dann... Und dann im nächsten Fall. Okay, Leute. Jetzt alles oder nichts. Scheiße. Guck mal, wie es anfängt. Üff. Gott, ich bin immer noch da, wo ich angefangen habe. Gelogen. Pff. Pff. Oho. 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 Wieso... Wieso so weit? Ey, ich verstehe das nicht. Ab und zu... ...weiter nicht so weit aus, oder? Oder kommt das mir jetzt so vor? Oh nein, jetzt habe ich... ...jetzt habe ich aus Versehen. Falsche Knöpfe. Ich glaube es einfach nicht. Alter. Das ist... Das ist jetzt wirklich... ...beschissen jetzt. Aus Versehen habe ich... ...scheiß Ausweichen-Knopf gedrückt. Oder Dash, oder wie das heißt. Scheiße. Also. Ei. Ich habe es gar nicht gesehen. Oho. Ja. Falls es euch gefallen hat... ...bis dann. Wo war's? Wo? Bist du? Ja. Ja. Dann ist das eine Musik. ...winde. Ja. Daest du... ...dast du...